Gut, dann. Ich hab jetzt Blackout dabei, also. Ja, ich hab... Ja, das ist richtig, also. Gut, ähm. Mike, du wolltest ja in die Mitte. Ja, genau. So. Ähm, in der Mitte steht noch keiner. Nur hinten der Sniper. Achtung, links ist ein Sniper mit Unsichtbarkeit, glaub ich. Hä, wieso hab ich... Nee, die sind alle Spätsel. Ach, verdammt, ich hab meine P90 eingepackt. Das ist ja jetzt total blöd. Achtung, Bubble auf die Brücke. Ja, genau. Wo Bubble auf die Brücke? Ah, da. Okay, warte, halte dich gede... Aufgepasst, Dick. So. Okay, Blackout unter der Brücke. Ja. Und ich hol mir den Typen. So, auf den Punkt, bitte. Mike. Oh. Arsch. Ich hab den schon. Ach, der Mika. Ja. Aufgepasst. Halte dich lieber gedeckt und in letzter Sekunde rauskommen und abknallen. Spät. 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 Nee, den Mike. Der Menti ist grad hinten am Decken, okay. Nee, bin ich nicht. Nee, sieht, dann sieht's nur so... Hä, wieso sieht das auf der... Achso, du bist bei denen. Ja. Okay. Das ist ja auch einer mit dem LMG. Woüber scheinen. Also, Achtung mal auf der Link. Ähm, also Mike. Aber der hält mich jetzt nicht so sehr. Rechts ist auch einer. Wer hat denn der da oder was? Da war einer. Aber gerade eben ist er da nicht mehr. Keine Ahnung. Achtung, rechts ist einer. Echt, wo? Rechts mit sich sind zwei. Deck, lock den noch mal. Nein, lock den noch mal raus. Äh, Leute, einer von denen nimmt glaube ich viel an. Ja, äh, es wäre gut, wenn einer auf den Punkt gehen würde. Hab... Ah, das ist Heiko. Ich hab Heiko. Soll ich Hitze drauf tun, weil dann reich schnell hinter, Jungs. Ähm, warte. Jetzt mach Hitze am besten an, genau. Und dann versuch... Lauf rüber und versuch dann... Äh, aber links wird gerade halt nicht mehr verteidigt. Jo, passt schon. Links. Hä, was? 136er Schaden. Ach, Mann. Gut. Hä, Gegenhitze von denen. Heiko. Gut, und... Dann... Guck ich so halb nach hinten. Mit meiner Pistel. Mike, kommst du bitte mit auf den Punkt drauf? Okay, mein Hitze ist weg. Und ihre auch. Und... Ähm... Patrick, du guckst bitte auf die Brücke, dass niemand uns von hinten erledigt. Und Mike, du guckst bitte nach rechts unten. Vielleicht links, oder? Achso, dann guckst du bitte mit nach hinten. Ähm, oder so. Dann geh ich gerade mal wieder hinter. So. Mike, du kommst bitte wieder... Nicht so auffällig, sonst wirst du gleich abgeknallt. So, warte. Hier. Habt ihr ne Ahnung, wo der vierte ist, den ich gerade nicht angezeigt habe, mit meinem Oracle? Einer ist tot gewesen. Den habe ich erledigt. Ah, okay. Der ist wieder spawnen. Eieieiei. Heiko steht links. Okay, alle vier wurden aufgedeckt. Das heißt, derjenige, der hinten bewacht, gerade gerade... Ich habe halt gerade ein Visier. Wenn der aufguckt, dann schieße ich. Okay. Ah, von der Seite her kann er halt noch schießen. Ich könnte ja mal versuchen, ein bisschen vorzulocken. Ist gerade hinten einer, oder? Ah, Mist, Heiko hat nicht was. Dann bleib drin. Kopf nicht rauslegen. Und gleich kommt Elders. Ja, aber nicht hinter mir. Nee, oben. Sven. Ähm. Oh, Mika. Mika ist rechts unten. Echt? Ja. Bleib dann rechts unten. Echt? Wo, wo, wo? Ja. Gut, dann... Du beoh... Dann geh du bitte nach oben, ähm, Menti. Dann mache ich mit meinem Sniper rechts unten was. Ja, mach. Ich... Es gibt so... Hä? Scheiße, falsches Sentinel eingepackt. Soll ich mal vorgehen, oder? Äh... Du kannst gerne weggehen, weil die sowieso auf ihrer Seite bleiben. Links. Links von der Brücke und rechts von der Brücke haupt einer. Also links von der Brücke, der wartet nur auf mich. Ah, da hockt Mika. Da... Einer ist rübergekommen. Nein. Ich kann doch nix tun. Nein, wieso trifft man ein dummes Ding nicht? Hab ich ihn. Okay. Aufgepasst, da sind jetzt drei von denen sind jetzt rechts unten. Ich nehm meine P90 mit. Achtung, Heat. Boah, scheiße. Woher kommt die Hitze von hier hinten her? Links, Hitze und rechts im Raum. Wie viel Leben hatte der noch, der Heiko? Sehr viel. Ich hab mich nur gewundert, weil ich dem ziemlich viel mit der P90 reingedrückt hab und der immer noch 100 Leben hatte. So, ähm... Gut, jetzt bitte... Ich pack wieder für gleich den Sniper ein, dann passe ich hinten auf den rechten Gang auf, dass die nicht zu weit kommen. Dann oben, bitte keinen, dann genau, Menti passt links auf. Äh, links ist gleich kein Schutz mehr. Achso, ja, jetzt warte mal. Lass uns ein bisschen kommen und dann... Da sind die. Okay. Mittelschaut schon wieder einer. Okay, rechts scheint niemand zu sein. Doch, da ist jemand. Einer jetzt kommt in der Bubble. Ja, wo? Bitte raus. Alex, was auch bei dir? Ja. Ah, der ist links jetzt. Ach, schade. Ich hab nur... Ich wollte... Okay, also wie gesagt... Also... Gut, Patrick passt rechts auf. Mike, du gehst links mit Menti hin und ich passe mit Patrick rechts auf. Okay, aber links sind gerade zwei Spitzis hin. Okay, ich mach gleich nochmal Oracle, sodass ihr mehr sehen könnt. So. Und... Ach, ich schiehl gerade eigentlich etwas mehr nach links als nach rechts. Ach, rechts ist da einer, okay. Ach, scheiße. Okay, rechts. Ah, ich hab leider kein Ping mehr. Ja, links ist Mika am Bus. Echt? Wo? Am Ende davon Busse. Ja, links ist mein Gang. Gut, ich... Hat jemand von euch einen Markierer, der mir den zeigen könnte? Wo ist der? Ich hab einen Markierer, aber... Auf mich fließen gerade drei. Links am... Links am... Links am Bus. Ah, okay, ja. So, und... Achtung, jetzt machen wir wieder Bubble an. Das sind zwei Leute. Ich hab keinen Schaden gemacht. Ja. Ja, danke. Bitte den Bubble holen. Ah, scheiße. Ah. Hä, der hat noch Bubble an. Das sieht doch gar nicht so aus. Ja, das haben die seit dem Patch so irgendwie so ganz scheiße gemacht. Das können wir gar nicht mehr erkennen. Gut. Ach, kacke. Rechts, da ist dann einer von denen. Sind alle rechts. Schade. Also... Okay, warte. Ich hab jetzt wieder meine P90 eingepackt. Also Max, genau rechts, wenn du... Wenn du jetzt raus gehst, genau rechts am anderem Ende ist einer. Hey, ich seh hier auch schon einen, die in mir ist. Ach du meine Scheiße. Moment. Das ist zwar richtig gemein, was die hier machen. Danke. Gut, der eine... Ich komm mit. Also bitte halt... Ach, scheiße. Gut, Köpfe drin lassen. Kacke. Schaffen die jetzt. Also lasst sie gleich kommen. Nicht rausgucken, bevor die bei euch seid. Ah, hinten, hinten, hinten. Hinten? Ja, genau hinter dir. Ach, sieh dir auch immer. Danke. Alex. Ja. Sorry, mit dem Namen hab ich's noch nicht so gut. Ja. Mika kann meinen Namen immer noch nicht richtig aussprechen. Oh, Mika, hinter dir. Pass auf, hinter dir. Mika. Ja. Hey, die haben besorgt, was ist das? Gut. Also wieder die gleiche Aufteilung mit links und rechts. Ja, meine Bubble ist gleich voll. Gut. Welche Geräte habt ihr... Am besten wär's, wenn ihr jetzt, ich glaub... Ganz recht ist einer durch. Ja, okay. Beide Hitze. Und dann sobald wie möglich durch die Gänge durchhalten. Also... Ja, ich hab ihn im Visier. Warte mal. Tobi ist immer noch rechts. Echt? Patrick, du hast den Tobi im Visier, dann guck ich mal links. Weil da grad... Niemand ist. Na, ganz rechts ist einer. Ah, und einer hab ich von links. Ach, verdammt. Zwei sind also rechts und mindestens einer links. Hallen sich auf. Heiko steht da drin. Ich... Ja. Ich nehm wieder... Also Mike, ähm... Oder Alex, genau, vor dem müsste einer irgendwo sein. Ich bin... Ah, Mika. Gut, ich versuch mir jetzt mal die vorne von hinten aus dem Sniperposten zu holen. Ich geh da mal nach links, damit Michi kann ich's auch nehmen. Einer ist in der Mitte, direkt bei ihr jetzt gehört. Echt? Wo? Echt. Ja. Ah, okay. Einer von euch muss jetzt gleich mitgeben, weil ich hab meine Bubble voll. Gut, ich hab nur leider, ähm... Nicht so auffällig. Lass mit, komm, lass mit. Ich hab grad, äh, Pump... Äh, Sniper. Geh mal hier links durch. Da haupt nämlich einer. Nein. Rechts ist Tobi. Hä? Ähm, der kommt jetzt zum Spawn. Der steht jetzt gleich unterm Spawn von uns. Rechts. Auf der Seite. Jetzt laupt einer, hier. Ich versuch mir Tobi zu schnappen und... Ach, kacke. Ah, das war die Betty. Ah. Klug gemacht mit dem Schild. Hey, wo ist der Tobi hin? Von Womikos. Ähm, mein... Ganz rechts. Ganz rechts. Bei die Container. Bei der Rotegrund. Also, das war ein Keller. Nicht ganz. Scheiße, das schaffe ich noch. Ach, schade. Okay, also, ich denke, diesmal versuche ich mal unten aufzupassen. Eine... Ähm... Wer von euch hat nochmal eine Fernkampfwaffe, die ihr gerade benutzt? Ich, aber ich hab keinen Einzelschuss. Ja, egal, das ist scheißegal. Dann passt du... Wer... Wer war das gerade? Patrick. Patrick, dann passt du rechts am Fenster auf. Und die anderen beiden... Ja, hallo. Warte mal, aber ich hab Nahtkampf. Ja, genau. Ne, warte. Dann wer hat... Also, der mit der Fernkampfwaffe geht rechts ans Fenster. Menti, okay, du gehst rechts ans Fenster. Und die anderen beiden gehen in die Mitte und der O. Versuchen sie. Ich werde wahrscheinlich gegen Amika keine Chance haben. Weil, der Hauptverschnecht gibt's da hinten. Ja. Ganz rechts hinten auch da ist da eine Tür drin. Aber ich kenne schon aus, den greif ich nicht. Also, ich kenne schon aus, den greif ich nicht. Obwohl, du brauchst eigentlich... Aber ich glaub, da ist einer. Du brauchst... Ja, ganz hinten in der Tür ist einer. Ganz hinten, ich seh, von hier. Dann, Menti, geh du, äh... Ah, in der Tür, in der Tür, in der Tür, oder wie? Ja, genau, hier rechts im Gang in der Tür, ganz hinten. Okay, dann, äh... Menti, geh du dann auf den Punkt und lass den Patrick das machen. Lass den da so... Ja, jetzt seh ich ihn auch. Kann mir einer helfen, oder? Große, komm! Ich geh rüber mit Bubble. Ja, da kommt auch gerade einer mit Bubble. Ja, komm! Bin zu gut! Ah, Pessi. Bubble. Okay, ich glaub, ich kann hinter. Ja, dann mach. Stell, 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 stell. Scheiße! Nein! Ich hab' mir wahrscheinlich... Äh... Mika ist einer, dass die Fenster noch... Oder Heiko. Er hat nur noch zwölf Leben. Geht bitte auf den Punkt, sonst haben die's gleich. Danke. Ah, scheiße, Felser hat. Mike, bleib liegen. Und Patrick... Pass auf, dass rechts niemand hochkommt. Nicht runtergehen. Soll ich vielleicht Hitze einsetzen? Einer kommt rechts hoch gleich hoch. Hast du Hitze, oder? Was? Nein, nein. Rechts ist keiner. Menti, Kopf drin halten. Ah, scheiße, Mika. Da zerbrücke jetzt. Da rechts rüber. Ja, rechts ist keiner. Ja, bleib trotzdem, da kommt gleich jemand. Ja, ja, ok. Ha, hab ihn. Gut. Der hab' ich grad so noch gesehen. Gut, okay. Blackout. Stop mental. Nein! Wollt, bleib. Ah, Heiko. Scheiße. Heiko, links von der Brücke. So, hat jemand von euch Hitze? Dann bitte jetzt einsetzen. Nein. Dann nehmt bitte Hitze mit. Hat mir grad mal dieses Blackout ausgeübt. Mach du. Und bitte... Hey, Geiko, Hid? Achtung. Drei rechts von der Brücke. Drei rechts von der Brücke, jetzt. Hat die... Nein, das ist links. Ja. Sehr ehrlich. Kann bitte je... Können bitte zwei auf den Punkt gehen, irgendwie, und nicht untenrum spielen, irgendwie. Mach ich. Danke. Entschuldigung. Auf der falschen Seite hab's die Spick gemerkt. Nichts. Einer muss noch hin. Ach so. Du bist mit dem Gewinn, was hast du da... Was machst du? Werde ich wohl machen. Noten schützt sie. Ja, ich gehe gerade auf Punkt. Ich komm schon. Oh, da kommt einer. Ah, ich mach's langsam. Gut, die scheinen nicht zu planen, von unten zu kommen. Also geh ich mal mit auf den Punkt. Und guck dann extra noch nach hinten. Wer hat Ares von denen, ne? Also bitte verteilt euch. Nicht liegen bleiben. Geht nach hinten. Die kommen gleich. Kommt. Spring rund Patrick Folge, wenn's geht. Ach, schade. Ach, schade. Gut, Menti, könntest du versuchen, von hinten zu kommen. Ah, nicht, aber ich weiß nicht, ob hier noch Robi hockt oder nicht. Versuch, riskier's einfach. Ja, das meinte ich. Tobi hat mich verpissen. Schade. Ich wusste nicht genau, wo Tobi hockt, ey. Gut, Betty ist weg. Geh' noch mal auf den Punkt gehen, ey. Mike, bitte auch auf den Punkt gehen. Jo, bitte rein. Einer von hinten, nach hinten, behind, behind, behind. Danke. Boah, schock, ey. Schau auf behind und ihr lacht ja auf den Punkt drauf. Ich glaub, jetzt... Ja, äh, wenn eine Heat kommt. Dann geht runter und deckt... Blackout weg. Hast du ein Blackout? Ist schon weg. Bitte jetzt... Hat jemand von euch die Tempel nicht? Ja, jetzt... So, jetzt wieder auf den Punkt gehen. Stop behind. Da hockt die Betty. Bitte halt deine Hitze auf sie drauf. Schade. Sorry, war auch... Und jetzt zurück. Nicht vorne bleiben, sonst... Vorne haben die eine bessere Chance, ihn zu erwischen. Boah, mich doch auf von den... Ach, du geh'n hier abhoben. Und bitte auf den Punkt bleiben. Na, toll. Ah, okay. Deswegen war's so ruhig. Ja, wenn die alle vorhin wollten. Dann bitte einer von euch nach hinten gehen und der Rest kommt mit zu mir erobern. Nein, hier unten. Bleibt alle da dort und dreht auf den Drücken und ich bleib' hier. Genau. So, das schaffen wir jetzt. Kommt. Ich bleib' hier abhoben. Okay, die sind noch nicht nah. Also bitte der Dritte auch noch mit drauf kommen. 92, 93. Einer liegt auf den Drücken schon. Einer kommt Bubble? Ja, egal. Kommt erobert. Wir haben's gleich. Und... Ja. Komm, ich komm' mit dir, Bubble. Alle ins Bubble von uns rein. Gut. Bubble ist tot. Den Rest... Komm, aber jetzt spawnen die weiter hinten und von denen sind's schon zwei tot. Das werden wir doch wohl schaffen. Ja, müssen. Einer läuft wieder. Genau, die sind... Zwei sind jetzt auf der Brücke und laufen rü... Einer ist mit Bubble. Ah, wenn ich jetzt noch ne Bubble? Gut. Hat einer von euch Schild voll, weil wenn ja, bitte mit Schild nach vorne rennen. Nein, ich nicht. Ja. Holt euch das... Holt euch den Bubble-Typen. Werden jetzt überall hier auf unserer Seite. Von hinten, von Nick. Heiko, von hinten, Achtung. Hol ihn dir. Dann... Patcher, hinter dir. Patcher, bitte in Sicherheit bleiben, bis wir kommen. Nein. Ah, ich hab den Heiko da nicht gesehen. Wo ist der? Jo, was geht bei euch? Immer nur am Spielen, ne? Damage. Patrick, äh... Delta war auch grad online. Ja. Ja, er hat sich... Da hab ich gefragt, ob wir das sind, aber ich kann dem gar nicht antworten, weil ich war auch, wie ich sie existiert bin. Soll ich nur mal Bescheid geben, wegen, ähm, Dingsrums hier? Ja. Scheiße, kommt, geht einer von euch auf den Punkt und sagt, zack ich, bitte. Ich komme, ich komme, ich komme. Einfach nur drauf fliegen. Nicht riskieren, sonst holen die das. Dann einer... Ja. Komm. Und dann bitte einer mit mir von hinten kommen. Ach, scheiße. Ja, ich... Patrick, du hast dich schon registriert, oder? Ja. Gut, wir sagen doch Bescheid. Michi, du bist gerade drauf, Aufnahme, gell? Was ist? Also ich bin schnell neu am Klang. Ja, alles gut. Da fehlt nur noch eine Aufnahme. Was, 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 Aufnahme? Let's Play Aufnahme. Achso, ja, stimmt. Scheiße, der Tobi, der sitzt links, der sitzt links. Gut. Dann versuche ich, jetzt mal ein bisschen zu snipen. Und ein Blackout von... Und ein Blackout von... Und ein Blackout von... Und ich wollte gerade unterschauen. Gut. Und jetzt... Ich bin gerade auf dem... Genau. Du warst auf dem Punkt. Ach, Heiko ist da hinten. Erwart, ich komm von hinten. Okay, ich... Komm, leg dich mit mir rein. Und jetzt Leben regenerieren lassen, einfach. Also mach ich und... Äh, Menti, wie sieht's bei dir aus? Ja, gut. Ich weiß sogar, dass der Tobi auch da hinten ist. Dann versuch ich... Mike weg, da kommt Elgis. Nein, nicht mehr. Gut. Jetzt kommt ihr beide bitte mit mir und lenkt euer Augenmerk auf den Typen. Ach, scheiße. Okay, holt ihn euch. Äh, Patch, renn rein, renn rein. Heiko, Heiko, komm von der Mitte. Ja, kommt nicht. Okay, äh, Menti, schaffst du es von hinten zu kommen? Oder bist du noch in der Klemme? Ja, ja. Hinten. War ne Bubble. Hä? Ja, komm, ich muss nur das sehen. Mikas, da, genau, hol ihn dir. Und jetzt bitte sichern das. Niemand auf der Seite. Geh auf die andere Seite und sichere die bitte. Ah. Welche Seite, welche Seite? Ja, ne, ich meinte Menti. Gut. Ich geh da jetzt gleich mit, sobald ich Cloak halbwegs voll hab, geh ich rüber. Und mach die sicher. Wir haben eine Blunde, haben wir jetzt. Und passt. Ne, macht sicher, dass die kein Overtime bekommen, bitte. Komm, geht auf die Brücke. Alle auf die Brücke. Sauber, nice. Halt, ne? Jetzt einfach nur halten. Gut. Nein. Ja, gut gemacht, die Jungs. Ah, perfekt. Danke. Gut, das war ne gute Runde. Das war ein richtig schönes Strasskiver. Das war ein richtig schönes Unentschieden. Ne, die haben gewonnen. Die hatten gerade mehr Punkte. Ach stimmt, wir haben sie ab. Juhu. Das war ein richtiges Unentschieden.